Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Frankreich-Spiel heute Abend. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab schon einen. Okay. Unsere Aufstellung liest sich ja wie ein Asterix-Comic. Sag mal, echt? Echt? Ja. In der Abwehr macht nix, im Tor kann nix und im Sturm bringt nix. Puh, das ist aber schön. Ja, kann man mal bringen. Oder wir machen es so. Jogi hat ja heute noch eine Stadtrundfahrt gemacht und war ganz begeistert vom Eiffelturm. Frag mal, wieso? 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 Der hat noch mehr Mieten als er. Hammermäßig. Ja. Ich trinke zum Spiel heute Abend ein Gläschen Bordeaux. Rotwein passt hervorragend zu Käse. Der ist es, Boris. Ja, kurz und knackig. Komm, dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.